Ich habe vorhin gerechnet, wo ich aufgemacht habe. Das ist der Chanka, der sitzt. Ja, ja. Da kannst du jetzt der Chanka total einbunkern, ne? Machst du hinten neben ihm zwei Jägerdinger, sodass auch keine Granaten durchfliegen. Und schillt hinter ihn an die Seiten, sodass hinten nicht abfliegen, dann sitzt du einfach an den Fenster. Wenn es eine geile Map passt, oder so eine gute Lösung. Wollte ich gerade sagen, wenn du das als aktive Verteidigung einsetzt, ne? Platzierst das, springst da direkt auf, er kann durchschießen, oder einer steht bereit. Und dann kommen sie. Ja, zum Beispiel die Map, wo wir gerade waren, ne? Und da gibt es doch unten auch, wo du die zwei Wände aufmachen kannst. Ganz normal im Erdgeschoss. Ja. Wo auch manchmal die Bombe drin ist. Und da setzt der Chanka-Chanka hin, Alter. Wenn da einer hinkommen will. Die Geile, der muss gesichert werden. Ach, hier ist das da, geil, oder? Hier wird's verstanden auch. Die Wand ist verstärkt! Was ist das? Ja, in der Neuro. Wolltum? Was ist das? Was ist das hier? Das Gerät ist an die Wehen. Gerät wurde platziert. Oh, ich bin an der Bastardu hängen geblieben, Alter. Ich seh, ihr 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 seh. Fütscht ohne. Wolltum ist verstärkt! Der Sarretrat ist bereit. Fünf Sekunden noch. Ich hab noch zwei Wänder, was ist da los? Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Da ist das aber nicht gut. Ja, wenn wir jetzt hierher machen müssen. Hier wär's geil gewesen. Ne, da geht's aber nicht. Hier geht's nicht? Er sagt, er mir ist... Ich hab zwei. Muss man zwei Wände machen? Wuhuuu. Das wusste ich nicht. Der hat ja gerade angeschossen. Fenster. Ja. Unten ist auf jeden Fall jemand drin. Er wird gerade gedrohnt von der Main Hall. Der jammt rein. Ja. Ja, ja. Ich weiß nur, was mit dem los war. Pass auf, die Main Hall ist hinter euch offen. Und da ist niemand auf jeden Fall drin. Jetzt hier ist man ja Rüstermann. Oh, Fenster ist offen. Fällt mir nicht. Da geht noch ein Fenster auf. Oh, er hat den gemessert, er hat doch. Ja. Und der andere hat gleich mal Rage Screeching gelegt. Pass auf, hier. Ops. Ops, das Dach. Verlooten. Ja, ja, gerade wieder einer gegangen. Ich hör das gar nicht. Ja, das ist halt hier am Fenster, der aimt rein. Never mind. Ich weiß nicht, wohin ist. Das ist auf jeden Fall der neue Operator. Einer Strempe. One Stairs. What, what? Ich lade nach. Ich aim da lang durch. Ich aim da lang durch. Hat die Geisel angeschossen. Nice, unser Dock, Alter, regelt hier. Aber ich hab ihn grad gesehen und hab nachgesagt. Nein, ich konnte auch. Nein, der schießt, der verbleibt. Alter, der schießt durch die Tür, weil. Wo ist er denn? Bei euch wahrscheinlich rechts, glaube ich. Ne, ne, da ist der Dock. Äh, der Luke. Da ist der Logo wieder. Ja. Ich hatte eben Probleme mit meinem Headset. Oh, ne, ne, ja, ist der Treppe. Äh, hier. Was ist das? Oh, bist du irre? Warum? Lol. Weil ich jetzt nichts mehr sehe, Alter. Warum siehst du nichts mehr? Hier ist alles vernebelt. Weil alles vernebelt ist. So. 15 Sekunden. Ah, ich weiß nicht, ob der ist. Ich hör was laufen. 10 Sekunden übrig. 5 Sekunden übrig. Schön. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Stacheldraht, okay. Also, schon mal Memo für uns alle, wenn ihr sowas macht. Ihr müsst das am Anfang vom Game machen, nicht unter Match. Ja. Das ist jetzt alles vernebelt. Ich hab nur noch weiß gesehen, äh, durch die Tür. Was hast du denn gemacht? Ich hab die Wand nochmal gemacht. Achso, einer von euch wollte hin, ne? Nö. Spiel ruhig, spiel ruhig. Du nimmst es wahrscheinlich eh gerade auf, oder? Ja, ja, genau. Genau, dann spiel ihn ruhig. Dann spiele ihn. Ja, das waren ja zwei Kills wieder, wo man echt merkt, dass Stacheldraht nicht scheiße ist. Stacheldraht ist supergeil. Stöß echt gut. Erstens, du hörst den Gegner, wenn er zerstört auch bloß. Ja. Und, wenn er kriecht, er muss durchrennen. Ihr müsst die Geisel durchrennen. Du musst weniger rauchen, Dackel. Meinst du, ich hab das voll... Alles von meinem Bildschirm geblasen? Wir nehmen beide. Das war kein Nebel, what the fuck. Ne, Keller. Keller? Keller, Echo. Ja, die sind in dem großen Serverraum. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Oh, wieso kann ich da nicht durchfahren, Alter? Meine Drohne. Ja, ich wollte ja auf das Glende springen und dann... Hast du das sehen, du warst da oben an, okay? Ja, ja, genau. Komisch, naja. Hätte ich doch eigentlich locker durchpassen müssen. Eigentlich ist schon gut, das ging auch immer. Schade. Geisel in sich. Die Drohne aktiviert. Oh, ich häng fest. Was geht denn ab? Oh, ich bin heute mit mir, Alter. Sprengladung ist bereit. Ich will mal kurz erst rein. Ich würde jetzt mit den Scheinen da oben... Cam. Juice, Cam. Cam, Cam. Juice, 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 Juice. Oh, mein Gott, Alter. Kann mir mal einer den Dropper hier drohen? Bin ich gerade bei. Alles klar. Kleinen Raum sehe ich nichts. Main Hall sehe ich nichts. Der andere Dropper ist, äh, gar nichts gemacht. Ich scanne ein. Nice. Ich komme da. Ich komme schon verdammt weit weg. So weit geht das schon. Geh mir langsam weiter! Ich habe den langen Gang. Ich sehe den die komplette Zeit. Den ein. Äh, Paddy? Ja? Ich habe den langen Gang. Kannst du da mal rein, Älchen, hier? Was? Wo? Da ist ein Fenster. Ah, links am Melker sitzt direkt einer. Der Puls. Hinter der Wand. Langer Gang. Direkt Klaus? Ja, direkt, äh, warte. Ja. Oh! Nur noch einer. Oh, Gott, ey, ich war da drauf. Puls half als Spiel. Spushing. Äh, ist nur noch Knuckle. Ach so. Wunder? In dem langen Gang? Recht langer Gang. Kommt. Kommt aber auch. Ne, ist noch hinten weg. Da habe ich eine Cam. Da könnte ich lang gucken. Ich habe uns wie viel gehört. Brustach. Einheit Hälfte. Gehe Treppe ein Stück vor und schmeiße eine Drohne da hin. Dann kann ich reingucken. Nico, um dir ja. 30. Oh. Ich muss mal in die Drohne. Du stehst komplett offen, ne? Mhm. Left, 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 left. Yeah, 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 yeah. 20. Go, go, go. Left. 15 Sekunden übrig. Na, denkt an den Draht. 15 Sekunden übrig. Ein Gegner verbleibt. 5 Sekunden. Andere Seite. Hinter dir. Ich häng. Ich häng. Der Druck getötet. Wieso bin ich denn Kind? Schaust du in der Killcam? Ach, come on, Alter. Ich lauf gegen die Wand und häng da irgendwo an der Kandel. Aber die Fähigkeit von ihm habe ich gerade mal ausprobiert. Das ist übel, ne? Du, der pingt nach, ne? Also du siehst ihn nicht nur einmal, sondern du siehst ihn irgendwie ein paar Ping-Dinger. Das ist gegen Roaming, haben sie das, glaube ich, gemacht. Ja, genau. Dreimal, drei Fußspuren kannst du halt scannen, ne? Das ist übel, ne? Ja, es ist Dev-Spiel ein bisschen. Ja, ich habe den in letzter Sekunde gesehen. Na okay. Ja. Das ist immer so lustig, wenn ich da in den Stream schaue. Die Geisel muss befindlich werden. Die Raum, sicher. Keine Ahnung, dann sehe ich mal deine Perspektive. Lustig, ne? Ja, also das mit, ähm, also als du eben gestorben bist, das, wo du hängst, also, das warst du mit, mit. Ja, das war wahrscheinlich, das Krabbel. Ja, das war wahrscheinlich, das Krabbel, das war wahrscheinlich auch okay. Ja, wahrscheinlich. Aber es war nicht schlecht gespielt, muss ich sagen. Danke. Bitteschön. Jacket, ping, insgesamt, äh, da kommt noch die Position, ne? Verstärkt! Leise, was ist die nicht? Äh, da hat gerade jemand das Mute-Ding kaputt gemacht. Wieso treffe ich die nicht? Hört ja gar nicht. Diese Aussicht muss man lieben. Wo war eine Twitch-Strom-Wir-Zone? Äh, hat jemand den Shotgun? Ja. T4. Wo? Kannst du aufhauen? Ping, oben, die Global, bei mir, hier. Einige Stacheldraht aus. Dark, Fenster. Schön. Drei Mal down? Ja. Glaub, da ist noch jemand. Na, ich hab Fenster. Hast du Fenster? Ich fette meine meine Karte ein. Hier ist links einer. Ich wechsle das Magazin. Yo, Smogel, watch behind us. Oh Gott. Ach, Mann. Ach, die war am Fenster. Ja, Fenster down. Männchen bereit. Wird gefündet. Wird gefündet. Noch einer Fenster. Dann lass sie wieder am Fenster. Dann hat er schon zwei Wege. Ah, f***. Bin down. Andere, one under... Äh, Rick Trudeau. One upstairs. Jump down, jump down. Oh, kille. Nice. Oh, no, noch einer am Fenster. Ey, die kommen alle durchs Fenster oben, Alter. Das ist, äh, der Neue. Ich schau in die Cam. Cam, Cam, Cam. Ist er nicht hier? Nee, das ist... Der Dropper ist halt offen. Ich sag's dir, wenn er irgendwo ist. Kann er mich hier oben drüber sehen? Äh, der Drohnt, der Drohnt, der Drohnt, der Drohnt. Aber die ist gemutet. Der sitzt oben direkt am Dropper. Ja. Äh, der ist hier, ne? Ja. Genau, am Dropper oben. Der sitzt noch oben. Ich sag's dir, wenn er runterkommt. Wo muss ich hin, äh? Warte, warte, warte. Nee, er läuft. Guck mal rechts, durch das Fenster. Da siehst du nur danach kommen. Links kommt er. Kommt hinten vom Fenster. Äh, hinten von der Tür, meine ich. Gut hingeschossen, was ist. Hat er was eingeschlagen? Andere Seite. Hier kommt die Treppe, genau. Äh, es ist getroppt. Guck, pink. Er ist vor, vorm Fenster. Trott rein. Ist drin. Schön, heiß. Gegner eliminiert. Hey, das klingt oben, unten, oben, wieder da. Ich komm mit den Sounds so nicht klar, ne? Ja, der war auch hinten an der Tür. Hat die Türanschlange? Ist wieder hochgelaufen? Siehst du ja da das Loch? Und dann ist er wieder hochgelaufen und ist dann vom Drop. Ja, die Sounds sind schon ein bisschen... Die müssten sie noch ein bisschen verfeinern. Ja. Manchmal weißt du echt nicht, woher die Leute kommen. Ja, ja, ja. Ähm, fuck. Nimm durch. Die geile Lobbymusik. Ich hasse es, wenn die Leute den Radio nicht ausmachen oder die Boxen abschießen, ne? Diese Behindertenradio-Musik oder die Behinderte-Radio-Musik oder die Lobbymusik. Das Schlimmste ist ja in diesem Café ganz oben, wo der Weihnachtsbaum steht. Da kannst du die Musik nicht ausmachen, ne? Ja, wenn da irgendwie der Objektiv ist, ist das so zum Kotzen. Ihr müsst die Geisel localisieren. Weil die Sounds ja eh schon anstrengend sind und dann hast du noch die Behinderte-Musik. Wenn ja wenigstens gescheitere Rockmusik laufen würde oder so, naja, nee. Gut, die konnte ich gerade aber echt rausblenden. Die waren, ne? Ja. Äh, die hab ich halt, ich war halt in der Camp. Und da hab ich sie halt direkt geführt. Äh, die sind nicht unten. Unten, ja. Aber diesmal ich glaube ich gar nicht. Oder? Nee, wieder selbe Raum. Äh, die machen... Da ist selbe Taktik wie gerade. Haben die wieder Kapkan? Mhm. Kapkan ist wohl. Kapkan verlebt mich nämlich gar... Den Wind gekostet wahrscheinlich, weil ich die jetzt nicht machen musste. Oh, und wenn der jetzt bald... Oh, der, der Echo ist oben. Böse, böse. Ja, wahrscheinlich will der den Dropper machen. Ich glaub irgendwas aufgehen hören. Ich möchte da nicht ran. Ist auch wieder blick oder waschen, eigentlich. Lauf ich grad... Ich lauf grad komplett falsch rum, ne? Ich hasse die Map hier außen. Oh, shit, alter. He got raped. Warte, 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 warte. Ich gebe die Garage. Da ist jemand ausgeschoben. Das ist interessant. Ähm, Garage ist... Wo kam der denn her? Äh, Garage. Ich hab grad die komplette Garage. Loll. Rechts, links? Ich sterbe. Äh, bei weißem Auto. Bei weißem Auto. Bei weißem Auto. Fuck. Ein verbleibender Operator von der eigenen Trobe. Wenn du... Kapkan. Kapkan oben, half live. Ja, manchmal gibt's da solche Runden. Der hat sich aber gut versteckt. Der ist dann da gechumpt. Rechts, Leute. Da, 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 da. Zwei. Eigener Trunk getötet. Ah, ja, gesehen. Typ, aber klar, das hier. Warum GG? Shit, zwei, zwei. Shit, zwei, zwei? Hm. Ja. Ah. Alter. Ähm. Ja, ich setze noch mal neu. Ey, die Waffe von ihm ist nicht schlecht eigentlich, aber... Er ist halt so gewöhnungsbedürftig wie die von, äh, Capitao. Findest du? Ja, du musst dich mal so zwei, drei Runden dran gewöhnen. Also, vom Recall her fand ich die jetzt nicht schlimm. Nein, das nicht, aber du gehst halt entweder vom Meer oder vom Weniger aus. Die hängt irgendwo so mitten da dazwischen. Ach so, meins. Ja, man zieht so früh. Oder so. Ja. Also, unten ist frei. Dann sind die ganz oben. Office. Office. Geisel gesichtet. Einsatz in fünf Sekunden. Rick Astley, never gonna give you, aber er kriegst gleich 10-10-Skill, wenn du Rick Astley beim Rainbow Six-Zocken hörst. Never gonna give you an. Pulse Lobby. Also, oben Lobby. Was war da? Pulse ist da. Also, Wendeltreppe. Ich werfe eine Schildergranate. Nee, das war ich nicht. War das ein C4 geflogen, oder? Nee, das war meine Granate. Hier unten drunter, warte. Ich drohne einmal rein. Drohne ist bereit. Und fall komplett runter. Montagne ist schon mal drin. Weiter ruhig noch nicht pushen. Was ist behind you? Ähm, Montagne. Achtung, ich hab kein Dritter an den Fenstern. Der ist zu schnell. Werfe Splittergranate. Oh, what the fuck? Wieso bin ich denn... Ah, ich hab kein Drone. Ah, ich hab kein Drone. Wer hat mich denn kommen? Ich hab meine Drone. Ah, ich hab kein Drone. Ich habe ihn gesehen, im Gang, im Gang. Da liegt einer. One down. Montanje ist drin, wir müssen mit Montanje pushen, ich denke das ist ein Roamer, da ist ich sage euch was bei Montanje abgeht, wir haben die neue, ja wir haben sie alle eingestellt die neue Map, ne Profis, aber, müsste mal fünf Mann sein, dass das passiert, alles ist das nice. Shut the hell up you piece of cancer. Okay. T-T-T-T-T-T-T-T.